Es ist soweit, wir haben die Kunstköder-Montagen durch, jetzt geht es an die Gummifischchen, das bedeutet wir gehen in die Jig-Montagen. Also legen wir los, ich stehe hier an einem super Spot, um die klassische Jig-Montage anzuwenden. Und zwar sind wir hier an der alten Festung, ganz unten an der alten Festung, wo die Birken stehen, da unten ist das. Und hier testen wir die normale Jig-Montage auf Barisch. Ich habe hier die zuletzt gekaufte Karma Mächter, die hatte ich ja zuletzt in der Tutorial-Serie gekauft, ich verlinke das auch nochmal eben. Das Teil kann man ganz gut verwenden. Ich baue das mal eben um jetzt hier auf Jig-Montage, das ist die normale Jig-Montage. Was ist natürlich das Wichtigste für die Jig-Montage? Wir brauchen für diese Montagen spezielle Haken. Das Schöne ist, bei der Jig-Montage ist das Blei schon direkt am Haken mit dran. Und ich nehme einfach mal hier jetzt so ein 15-Gramm-Blei. Jetzt müssen wir natürlich immer darauf achten, wie schwer ist das Blei und wie groß ist das Wurfgewicht, das maximale oder eben auch das minimale Wurfgewicht hier von der Rute. Und dazu müssen wir natürlich noch berechnen, welchen Köder verwenden wir. Ihr seht, es gibt jede Menge verschiedenster Gummiköder. Ich sage mal, so ein guter Standard ist hier der Maggot. Ich nehme mal einen von diesen Standards hier. Ich nehme auch mal einen, der so ein bisschen durch, der jetzt schon 70% Verschleiß funktioniert immer noch. Und für das normale Barschangeln reicht das auch. Von der Schnur her, wir sind hier ja bei 15 Kilo. Haben jetzt hier vom Vorfach, ja das müssen wir auch auf jeden Fall gleich nochmal ändern. Ich gehe mal so grob auch nochmal hier in Richtung 19. Reicht das von der Schnur? Ich habe 150 Meter Schnur hier nur noch. Sollte aber eigentlich reichen. Und dann nehmen wir hier nochmal ein Vorfach, was ein bisschen dicker ist. Denn beim Barschangeln haben wir halt auch immer die Gefahr, dass Hechte reinballern. Und dem Barsch ist das relativ wurscht, wie dick das Vorfach ist. Wir können natürlich gucken, wenn wir irgendwann mal einen Köder haben, der eigentlich nur noch die Barsche liefert. Vielleicht haben wir irgendwo einen Köder rausgefunden, wo einfach keine Hechte drauf gehen. Dann kann man natürlich versuchen nochmal feiner drauf zu gehen. Aber das Risiko ist schon da. Also, ich stelle mich mal jetzt hier vorne so ein bisschen hin. 1-0 Geschwindigkeit. Keine Ahnung, machen wir erstmal auf 25. Bremse lassen wir auch erstmal schön mittig, locker. Und dann hat man das eben jetzt einmal so komplett zusammengebaut. Wir werfen einmal aus. Ich werfe mir jetzt mal nicht so ganz weit. Zack. Fliegt schon mal richtig gut. Ja, und dann heißt es auch hier wieder, das Simulieren eines kränklichen Fisches. Das heißt, wir ziehen an und lassen runterfallen. Ähnlich wie bei dem Video zu den Blinkern. Das verlinke ich auch nochmal. Das Blinker-Video. Da hat man das einfach dann ganz genauso. Man zieht eben hoch und lässt runterfallen. Und genau das ist eben das Jiggen. Das ist jetzt eben, wie gesagt, hier mit den Gummifischen genau das gleiche. Auswerfen. Absinken lassen. Und dann ziehen wir jetzt wieder an. 1-2 Umdrehung mache ich mal. Runterfallen lassen. 1-2 Umdrehung. Runterfallen lassen. Ihr seht. Doch, jetzt kommt es. Ich wollte gerade sagen, es kommt noch keine Jig-Führung. Doch, sie kommt. Allerdings müssen wir eben gucken, wenn das nicht so leicht funktioniert oder auch bei einer Umdrehung nicht funktioniert. Doch, jetzt geht's. Man kann das auch, wie gesagt, mit einer Umdrehung hinkriegen. Immer nur eine Umdrehung. Eine Umdrehung. Da ist schon was dran. Und da haben wir auch den Zielfisch. Den dicken, fetten Barsch. Barsch übrigens in dieser Gewichtsklasse ganz hervorragend eben auch für Kaffeeaufträge an der alten Festung. Ist immer wieder drin. Deswegen kann man das hier an der Stelle auch immer mal wieder ganz gut versuchen. Aber Vorsicht, wie gesagt, hier gehen auch die Hechte drauf. Was aber auch nicht schlecht ist, wenn man mal den Kaffeeauftrag mit den Hechten machen will. 2x3 Kilo ist auch an der Stelle hier mit Jig immer wieder ganz gut machbar. Ja, wie gesagt, das ist jetzt eigentlich das A und O. Und so, also das ist wirklich die Basis von allen Jigs. So geht das dann mit sämtlichen Montagen. Ob das jetzt eben die Jig-Montage ist, ob das Kickback ist, ob das Dropshot ist. Manche variieren da halt vielleicht noch so ein bisschen. Das heißt, man braucht vielleicht mal eine zusätzliche Umdrehung. Kickback und Dropshot tun sich manchmal ein bisschen schwerer, dass sie da schnell in diese Führung reinkommen. Dann einfach mal die Geschwindigkeit erhöhen. Zack. Und ihr seht auch direkt an der Schnur. Man sieht eben diesen Hopser regelrecht. Zack. Und er springt jetzt weiter. Also genau diese kleine Bewegung, das macht es dann eben aus. Ich werfe jetzt eben nochmal raus hier. Gehen wir mal vorne so hin. Und dann kann man eben auch variieren. Zieht man den Jig eher schnell durch. Zack. Einfach schneller durchjiggen, langsamer durchjiggen. Wichtig ist, es muss immer der gleiche Rhythmus sein. Es muss immer die gleiche Bewegung sein. Und auch wenn es manchmal ein bisschen langweilig sein könnte, weil man es immer gleich macht und immer den gleichen Rhythmus, verwendet auf gar keinen Fall irgendwelche Makros oder irgendwelche Bots dafür. Gibt sofort Kick, Bun und Ignore vom Game. Aufpassen. Also einfach hinstellen. Ich habe mir ja meine Einhol-Taste auf die Null auch gelegt. Finde ich super entspannt. Gerade auch fürs Jiggen. Ich lasse die Route einfach so ausgerichtet, wie es mir gerade so passt. So in so einem leichten Winkel ist immer gut. Und dann kann ich mich hier hinstellen. Drücke einfach nur die Null. Und irgendwann geht das einfach so ins Blut über. Und irgendwann läuft das einfach von ganz alleine. Das heißt, man kurbelt einfach. Jiggt sich hier schön ein nach dem anderen. Man ist einfach so in dem Modus. Es muss halt auch nicht so super genau sein auf die Millisekunde. Aber dass man so den gleichen Rhythmus drin hat. Vielleicht einfach nebenbei eine Musik laufen lassen, die einen coolen Rhythmus hat. Dann geht das auch automatisch. Oder ein paar YouTube-Videos gucken. Oder im Twitch vorbeischauen. Und dann lübt das. Wenn hier die Köder so nicht funktionieren. Natürlich auch hier zählt es wie für alle Kunstköderarten. Farben probieren. Ja, die Größen und die Formen natürlich probieren. Ob das hier so ein Köder ist mit so einem Schwänzchen dran. Manchmal funktioniert auch hier einfach nur so ein Stick. Kann man auch mal probieren. Oder sowas hier. Auch das hat für Barsch mal eine ganze Zeit lang richtig gut funktioniert. Das ist ja fast schon wie so eine Art Wurm. Zum Wecki-Rig kommen wir natürlich auch. Da gibt es auch nochmal ein extra Video zu. Aber das wäre jetzt hier die Basics. Das ist das A und O erstmal fürs Jiggen. Und jetzt zeige ich dann noch die wichtigen anderen Jig-Montagen. Ja, das ist jetzt hier einmal das Setup vom Kickback-Rig. Beim Kickback-Rig braucht ihr ein passendes Blei. So ein Dropshot-Blei ist das hier. Das ist wichtig. Gibt es glaube ich in zwei Varianten. Auch da natürlich wieder aufpassen. Wie ist das Wurfgewicht von eurer Route? Ich habe hier Blei einmal fürs Ultraleitangeln. Und natürlich auch für die schwereren Routen. Dementsprechend verschiedene Blei auch mit dabei. Natürlich auch hier wieder das Setup passend zusammengebaut. Wenn wir jetzt damit zum Beispiel vielleicht mal auf Saiblinge gehen wollen oder sowas. Bauen wir das Set natürlich passend an zusammen. Das heißt hier würde ich jetzt runter gehen. Vielleicht auf maximal auch hier wieder einen 12 Kilo Vorfach. Reicht eigentlich völlig. Und dann passt man eben so sein Setup an. Auch hier wichtig. Wir brauchen passende Haken. Offset-Haken. Das heißt also wenn ihr dann im Shop seid. Und ihr holt euch eure Haken. Das sind die richtigen Offset-Haken. Dropshot-Blei. Dann könnt ihr dann eben wie gesagt mit dem Kickback-Rig hier die Kunstköder führen. Und ansonsten auch hier wieder wie bei der anderen Montage. Zack. Man dreht einfach wieder. Und kommt dann hier schön direkt wieder in die Jig-Führung. Da tut sich und variiert auch nicht wirklich viel. Wie gesagt die Jig-Führung ist und bleibt immer wieder die gleiche. Wie gesagt bei manchen Methoden ist es so, dass man vielleicht ein bisschen schneller kurbeln muss. Gehen wir mal hier vielleicht aufs Dropshot. Da haben wir dann auch hier wieder einen passenden Köder dran. Ich bleibe mir jetzt einfach mal hier bei dem. So. Und dann haben wir auch hier die Bleie. Die Haken. Auch das sind dann wieder hier diese Offset-Haken. Genau das gleiche. Und ähnlich zusammengebaut. Lautähnliche Führung. Dann kommen wir hier zu den beiden bisschen besonderen Führungsarten. Diese Finesse-Methoden. Texas-Rig. Da brauchen wir dann ein anderes Blei. Das sind diese Bullet-Bleie. Da gehen wir mal auch hier auf 17 Kilo. Äh 17 Gramm. Ich habe ja bis 30 Gramm. Habe ich ja Platz. Und da wird es dann ein bisschen besonders. Die Haken sind da wieder die gleichen. Wie gesagt das Blei ist ein anderes. Bullet-Blei. Und Köder natürlich auch wieder die gleichen. Nehmen wir mal jetzt hier diese. Wenn wir hier zum Beispiel einen gelben Köder verwenden. Hat es sich in der Regel ganz gut bewährt. Dass man eine Komplimentärfarbe verwendet. Für die Glasperle. Das sind die Glasperlen. Was sind Komplimentärfarben? Das sind diese gegensätzlichen Farben. Einfach mal gucken hier. Oder mal googeln. Goethes Farbenkreis oder sowas. Farbenlehre wie auch immer. Es gibt einfach die Farben. Die in diesem Farbenrad dann aufgezeichnet sind. Die immer gegenüber liegen. Das heißt man hat einmal Blau Komplimentär. Zu Gelb. Schwarz-Weiß. Vielleicht als größten Kontrast. Und da kann man das eben dann so ein bisschen variieren. Dass man das hier vielleicht oder Orange und Grün und sowas. Also das sind so. Oder Gelb. Gelb und Lila. Geht natürlich auch. Das sind solche stärkeren Kontraste. Das lohnt sich. Aber auch da ruhig mal probieren. Auch das kann mal richtig gut funktionieren. Gerade wenn man so eine Kombination macht. Auf Seiblinge. Oder so. Schön auf die Seeseiblinge am Ladoga. Das sind immer wieder Kombis. Die ganz gut funktionieren. Oder auch. Ne andersrum. Weiß und Blau Kombination. Funktioniert auch immer wieder gut. Gerne auch mal auf den Klotzseibling am Ladoga See. Also das sind so die ganz klassischen Angelmethoden für die Saiblinge am Ladoga See. Sehr schön fein. Wie gesagt mit dem zusätzlichen Lock-Effekt von der Perle. Das zählt einmal wie gesagt fürs Texas Rig. Und einmal fürs Carolina Rig. Zack. Da haben wir das ganz genauso. Beide Methoden. Sowohl Carolina Rig als auch eben das Texas Rig. Eignet sich wirklich gut um sehr scheue und sehr vorsichtige Fische zu überlisten. Die halt eher so auf dem Grund sind. Man hat beim Carolina Rig sogar einfach noch mehr Abstand vom Blei zum Kunstköder sozusagen. Dementsprechend eignet sich das natürlich vielleicht nochmal mehr um diese scheuen Fische zu überlisten. Ich hatte allerdings vor Jahren mich irgendwann mal auf das Texas Rig eingeschossen. Ich habe da auch Skill-Punkte rein investiert. Das heißt also wenn ich jetzt hier mit meinem Jig-Set hantiere. habe ich einmal hier natürlich drei Punkte erhöhte Chance auf eine Trophäe. Und dazu kommt meine Route speziell für die Kunstköder beziehungsweise für die Gummiköder ist die Vexila. Hier ist das Gerät und wir sehen hier das ist einfach der absolute Hammer. Diese Route ist ein Must-Have für alle die Bock haben auf Gummifisch angeln. Plus drei auf jede Angelmethode. Plus drei auf Vekirig, auf die normale Jig, auf Texas Kickback, Carolina Dropshot auf alle. Sensationelle Route, Top-Wurfgewicht nur 7 bis 28 Gramm. Sensationelle Tragfähigkeit mit 40 Kilo eigentlich schon fast zu viel. Aber ja besser zu viel als zu wenig. Auch hier die Power ist richtig gut, die Empfindlichkeit ist gut. Also das ist ein Sahnestück, eigentlich ein Must-Have für alle die Bock haben auf Spinning. Super Route und wie gesagt mit diesem Plus drei nochmal auf der Route heißt es, wir haben eine Plus sechs erhöhte Wahrscheinlichkeit Trophäen zu fangen mit den verschiedenen Montagearten. Das sind die verschiedenen Jig-Methoden. Probiert die Geschwindigkeiten aus. Damit kann man sehr viel beeinflussen, verschiedene Geschwindigkeiten. Ganz wichtig ist immer, wenn ihr euch ein Gewässer vornehmt und ihr habt verschiedene Tiefen, versucht in einer Tiefe zu bleiben. Nicht über solche Kanten zu jiggen, denn jedes Mal, wenn ihr gegen so eine Kante stoßt oder vielleicht ist da eine Stein unter Wasser oder sowas, ihr stoßt dagegen, kommt ihr aus der Jig-Führung raus. Das heißt, sucht euch Gewässerstellen, die halt einheitlich sind. Ob das jetzt eine Rinne ist, wie diese hier oder hier. Hauptsache ist, man hat halt eine Tiefe, in der man kontinuierlich durchjiggen kann. Dann funktioniert das alles auch ganz gut. Wenn ihr das Ganze geholfen habt, einen Daumen da lassen fürs Video, den Kanal abonnieren, dass du auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs, freitags, 19 Uhr, Petri. Bis zum nächsten Mal.